. 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 Jawoll, immer schön die Abstände einhalten. Welche Abstände? Junge, Junge, das nimmt ja gar keine Änder. Müssen wir heim und mal zählen. Der Wahnsinn, der Wahnsinn. Ja, ja, das kommt dann vom Bahnhof. Ehrlich? Ja. Cool. Da haben wir gleich noch ein Zug mit abgefasst. Die anderen sind schon vorne an der Kreuzung. Wir sind noch älter. Jawoll! Wahnsinn. Wie viele kommen denn da noch? Die haben verloren, die haben verloren, ey. Wahnsinn! Die anderen sind schon vorne an der Kreuzung. Da kommt ein Bullenwagen, gell? Ist das ein Bullenwagen? Das gibt es doch nicht. Alles Nazis! Wahnsinn! Krass, ey! Das gibt es doch nicht. Das hört überhaupt nicht mehr aus. Die anderen sind schon wieder auf dem Marsch, wollte ich nur sagen. Ja. Oh, das habe ich vergessen. Das war's. Gut, das war's. Gut, das war's. Das war's für heute.